Servus meine lieben Freunde, zurück im Studierzimmer von Il-Professore, MGP, dem Stimmakrobaten und wir treiben die Erforschung weiter gemeinsam voran. Ich bin unglaublich nervt, aber das letzte Mal hier dieser eine Kampf, der war extrem gut. Da habe ich es geschafft, ihn in der ersten Runde, nachdem er vom Gaul runter war, so oft zu kontern und zu blocken, dass er wirklich dann entsprechend direkt so fertig war, dass er nur einen zweiten roten Stecher machen konnte. Ja, ich nenne die jetzt so. Das ist ein roter Stecher. Darfst nicht zu viel machen, aber auch nicht zu wenig. Das ist so ein Mittelding. Ja, damit heile ich mich wieder sehr, sehr geil und tschak, komm, weg. Jawohl, das muss immer sein. Das ist jetzt mein Standard. So, perfekt. Komm, macht's einmal. So, kommt's weiter, bin ich ein bisschen ruhiger zwischendurch mal. Sehr gut. Das war zwar ein Treffer gegen mich auch, aber es hat trotzdem gut geklappt. Ah! Jawohl, sehr gut, hat geklappt. Komm, weiter, weiter, weiter. Ja, komm jetzt. Jawohl, sehr geil. Das ist ja noch kein Trank verbraucht. Sehr, sehr geil. Richtig, richtig, richtig geil. Ran, komm. Jawohl, sehr geil. Genauso, du Idiot. Ja, ja, so ist es. Trinken. Ja, jetzt muss es einmal sein. Komm. Komm schon. Ah, Mist. Nein. Nichts, das war ich denn jetzt. Ah, scheiße. Da hinten drankommen wird, wäre es auch mal gut. Ah, das ist dann auch nichts, gell. Ja, gut. Weg. Ja, Gott. Ja, ja, Gott. Okay, drei. Und jetzt aufheilen. Komm, 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 komm. Zack, zack. Und weg. Weg, weg, weg. Einfach weg. Einfach weg. Weg, weg. Jawohl, sehr gut. Jawohl, sehr, sehr gut. Richtig gut, mein Freund. Komm ran. Ah, schade. Ah, schade, zu spät. Also, er ist halt zu früh einfach weggegangen. Konnte nichts machen. Komm, mach jetzt. Okay, weg, 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 weg. Einfach weg. Weg, weg. Jawohl, weg. Komm, du Idiot. Komm jetzt, du Idiot. Und weh? Ja, ich weiß, dass ich noch zwei hab. Da hab ich's jetzt, glaub ich's jetzt aufm Plan. Och, jetzt geht ja gar nix mehr. Du blöder Idiot. Ich steh' nicht. Toll. Wieder nix. Oh, ist das ätzend, hey. Anstrengend. Aber wisst ihr was? Wie sagt man's immer so schön dranbleiben? Gut draufbleiben. Ein bisschen chillig. Wir hatten jetzt genug traurige Folgen. Jetzt bleib ich einfach nur chillig und dran. Und einfach weiter. Immer weiter. Egal, was passiert. Immer weiter. Wenn ich die fünftausendste Folge hochlade, ist mir vollkommen wurscht. Ich mach den fertig. Ich bleib dran. Ich mach das einfach. Egal, wie lang's dauert. Egal, wie schlecht ich mich hier anstelle. Ich mach das. Und zwischendurch wird's immer wieder ein Short geben, wo ich so gut agiere, wie man's jetzt grad am Anfang gesehen hat. Gut, dass dann jetzt war Blödsinn, aber... Das ist ja auch wurscht, oder? Ja, genau so. Zack. Jawohl, sehr geil. Jawohl, und wieder geil. Das muss ich mal sehen. Zack, immer dann, wenn ich's so schaff, dann ist alles gut. Jawohl. Ja, das war jetzt ein bisschen... Ja, doch, hat klappt. Ich hab grad erst gedacht, das hätte nicht geklappt, aber ja, das war jetzt nix. Egal. Immer wieder nur dafür verwenden. Das ist das Geheimnis hier in dem Kampf. Das andere brauch ich gar nicht machen, weil das andere ist für mich hier in dem Kampf kein Thema. Ja, das war viel zu früh. Das hab ich auch gemerkt. Das war einfach viel zu früh. Ja, ihr müsst eigentlich heilen, aber... Ja, passt schon, passt schon. Ah, passt schon, komm schon. Ah, das war ja selten dämlich. Was hab ich denn da jetzt gemacht? Hm, hab ich pennt. Was soll's? Wie schon gesagt hab, positive Folgen jetzt hier. Ganz ruhig, ganz chillig. Ein bisschen halt cozy, wie man so schön sagt, gell? Einen Kampf wird's auf jeden Fall noch geben in dieser Folge, weil vier Minuten, da könnt ihr ihn fertig machen, oder? Wollen wir ihn fertig machen, meine lieben Freunde? Weiß gar nicht, wie ich die Folgen zu dem Thema jetzt schon hochgeladen hab. Ist mir auch relativ egal. Die eine war verhunzt, zum zweiten Mal in dem Playthrough. Total dämlich, dass ich nicht gelernt hab, zu schauen, ob da noch irgendwas ist. Ich wusste ja eigentlich, dass ich davor ein anderes Projekt gemacht hab, mit der anderen Festplatte. Hätte man merken müssen. Egal, was soll's, wir hauen den jetzt weg, oder? Wir hauen den jetzt weg. Wir hauen den jetzt einfach weg, Leute, kommt. Ich nehme jetzt einfach auch mal, genau, in der zweiten Phase nehme ich jetzt einfach auch mal zwischendurch einfach ein bisschen von der Strommagie hier. Blitz nehme ich da mal, die Blitzwaffe. Zum Heilen hier. Drei. So, sehr gut gemacht. Jetzt noch die Blitzwaffe dazu. Hab ich's geschafft? Ja. Oh mein Gott, wie dämlich. Okay, nochmal das. Jawohl, hat klappt. Das Feuer am Boden, das haut's natürlich auch noch zusätzlich rein, gell? Zack, 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 zack. Und durch. So, wunderbar. Okay, weg, weg, heilen. Weg. Blitz, komm jetzt näher, du Idiot. Jawohl, komm rein, 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 rein. Dieser Blitzschaden macht's, oder? Der blöde Gaul, das glaubst du nicht, oder? Das hat er mich schon zweimal erwischt hier in dem Ding. Wo's zwischendurch nicht, gar nicht passiert. So, beides, kommt's. Wir können's schaffen. Wir können. Gerade jetzt, komm rein, 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 rein. Sehr gut. Jawohl. Die Hälfte hat er schon weg und wir haben noch nicht mal das zweite Mal. Also, das bringt was mit dem Blitz, das kann ich mir sagen. Das bringt was. So, weiter geht's. Komm. Jesus Gott, was ist denn das für eine Serie? Was macht denn der? Was macht's noch? Ja, das haut ja richtig rein. Komm schon. Renn. Es macht er wieder. Es gibt's doch nicht direkt nach dem Konter. Ja, das war's wieder. Weil ich keine Tränke hab. Hey, was ist denn jetzt? Du hast noch. Rein, rein. Oh nein. Fick dich. Oh, ist das schlauchend. Jetzt war sie zu langsam, dahin zu rennen, weil ich zu dumm war, weil ich ausgewichen bin. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich.